Privatleben, ja da war mal was. Das Leben außerhalb der beruflichen Tätigkeit, auch Privatleben genannt. Was soll die Frage? Ich bin Arzt, ich habe kein Privatleben. Ja, ja natürlich habe ich ein Privatleben. Aber wie der Name schon sagt, ist Privat, ne? Ja, da handelt es sich dann wohl um eine rhetorische Frage, nicht? Ja, das waren noch Zeiten, als mein Mann und ich jeden Sonntagabend zum Rommi-Club gefahren sind. Alle vier Wochen zum Kegeln. Oder unsere Ausflüge an die Mosel. Ja, könnte durchaus sein, dass ich in meinem Privatleben gerade was tue. Also ich glaube nicht, dass sie das was angeht. Ich habe ja jetzt nur noch Privatleben. Boah, mir wird der Job hier echt fehlen. Ja, aber wie stellen Sie sich das denn bitte vor? Nehmen wir jetzt mal an, ich gehe ins Kino. Ja? Jemand bricht zusammen. Und ich als Mediziner sage dann, nö, ich bin privat hier. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Verstehen Sie? Ja, das ist nicht so einfach. Ohne Mann. Wenn man abends nach Hause kommt und keiner da ist? Ja, ne, Privatleben brauche ich erst dann, wenn mein Kind auf der Welt ist. Dann bin ich ja nicht nur Arzt, sondern auch Vater. Da fühlt man sich halt manchmal auch einsam. Doktor Nett. Sozusagen Doktor Nett. Klar habe ich ein Privatleben. Das brauche ich nur gerade nicht so. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich hole diesem Blöden mal noch keine Tränen mehr hinterher. Ich packe es jetzt wieder an. Mein Privatleben. Nee. Mehr will ich zu dem Thema jetzt gar nicht sagen. Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? Machin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017